moin moin meine lieben eine weitere episode aus unserem leben hier als wikinger euch und wir gleich jagen gehen und ich werde jetzt hier erst mal gebäude verschönern am anfang hier ein problem gerade welches ich bekommst du jetzt darauf weil ich aufnahme gedrückt habe und sie kann sofort richtig loslaufen ja kommt meiner eben auch ja leute wir haben hier ein kleines problem mit obs und müssen mal gucken wie wir das hier teilweise lösen ja dann wollen wir das beste hoffen ja ich glaube daran dass das jetzt funktioniert die hoffnung stirbt zum schluss richtig das machen wir so 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 ok jetzt ist wieder nebel ich war klar ja ich sage ich möchte gerne jagen gehen es ist ja jetzt gar kein holz mehr so herstellung da jetzt erstmal hin ich muss dir leider mal ein bisschen holz mopsen ja mach mal ein bisschen kohle machen hier so ja gut ich wollte die ulfen gleich abbauen und die hier mit einbauen dann musst du jetzt leider warten ja habe ich schon festgestellt gerade ich kann es nicht wenn man es abricht ich weiß nicht ob die ressourcen rauskommt das kann ich nicht sagen das weiß ich nicht dann warte ich jetzt bis er durch ist dauert ja nicht so lange nein alles gut so ich tuffel los ja getrennt von tisch und bett weil du mich immer ärgerst alles klar glaubt nur wieder keine aber egal ich höre hier ein hirschi aber sehen kann ich nischt ja genau hirschi das ist immer die krux am nebel ich brauche ja auch nur hirschfällen macht ja nichts haut alle ab ne ich wollte mir eben gucken was wir da so unterwegs alles haben liegen lassen müssen ob ich das jetzt einsammeln kann bestimmt ein bisschen dauerlauf machen geht schneller und jetzt kann es regnen jetzt ist mir das egal denn da war das soweit das ist eine ganze ecke man kann da nämlich dings hin und da kann das andere alles hin da können die beiden öfen hin und dann haben wir eine kleine werkstatt das ist in ordnung aber die werkstatt kann ich erst wenn wir ich habe den herrsch erwischt und da rein das kommt da rein muss jetzt noch ein bisschen warten hier hast du die dings gesetzt alles klar dann gut dann fange ich hier einfach mal erst mal an alter vater ach das war diese spitze vom dunkelwald nach stimmt da lach ja auch noch zinn ja da bin ich doch so gedrängt und gesagt kommen jetzt mit los jetzt ran an der bulen schweinchen da ist die spitze da ist die spitze da ist die spitze da ist die spitze da ist das weiter in die richtung dass du gesagt hast jetzt ganz wichtig warum alles hier jetzt gerade regnet also ich habe hier totalen sonne nebeligen sonnenschein sieht es jetzt aus mal gucken so machen ja das haut er in alles klar dann machen wir das so da liegt jetzt im klub soll ich auch steine mitbringen oder sind die nicht so lebensnotwendig wenn du schleppen kannst nimm sie mit 18 stück aber die lagen hier herum im dunkelwald ich brauche uns erstmal verteidigungs graben ja das machen am besten hier diese pixel fehle oder sowas dann da noch ran oder so endlich mal ruhe ist ich auch nicht aber man kann es ja probieren aber ich habe wasser wo hast du was echt wir sind wir sind dicht am wasser aber schönen graben mit wasser ach so muss man reparieren gehen ich habe hier auch gerade graben gefunden glaube ich sollte mal was essen einmal so einmal also die nämlich mit ach apropos himbeeren wir haben doch auch ein paar blaubeeren ja ich habe ein paar mitgenommen weil wenn wir ein bisschen zinn über haben kann ich ein kessel machen dann kann ich marmelade machen die gibt noch mal richtig action weil dann mache ich einmal so einbuchen ist irgendwo noch einer komm noch mal damit ich dich höre ich hasse diesen nebel könnte jetzt was zu essen vertragen ich schlag wieder auf die sachen ein was verprügelt wieder die armen kisten oder was nee diesmal habe ich den ofen verprügelt ok feuerst ihn an ofen ofen so da drauf möbel da ist auch noch vor o o o o o muss da noch hin ich muss jetzt mal eben hier ein bisschen ja mal kommt beides weg hier kommt wieder beides hin war durch ja der eine war durch der andere muss ich gleich noch machen ich hoffe dass der jetzt auch fertig ist ja mit dem erz ja er braucht man ewig dann will ich erstmal was vernünftiges stehen nein 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 da drauf hallo das möbel nein verschiedenes auch nicht ja schon hallo warum was ich hier für tiere sehe und nicht sehe welchen tag das sind erstmal schweinchen damit wir auch wieder rankommen ja fängst du an zu frieren ein troller muss nicht frieren mal gucken alles klar da kämen wir ran da käme ich auch ran aber ich habe das ding verkehrt rum gebaut welches welches jetzt egal wo ist das regal verkehrt rum gebaut warum nein den ofen ach so so egal jetzt kannst du mal eine fackel anmachen ich glaube das war es reicht das oder innen drin oder was ich glaube das ist jetzt alles soweit in ordnung gewesen mal gleich gucken wie ich das hinkriege hier das brauche ich dir drin hast du schon einen durchgang nein noch nicht wieso sagt er mir jetzt fehlende voraussetzung sag mal willst du mich trollen trollen ja so der will mich echt toll so immerhin 13 hirschfeli besser als nix ja ja mehr kommen machen wir mal hier was frei nein ja so gut kann man hier wissen durchlaufen dann muss die schmiede auch nochmal versetzt werden ja warum mit den ganzen erweiterungen für die schmiede mit den ganzen erweiterungen für die schmiede ja ja das wird alles dann mehr und mehr weniger angebaut nein weil die hier steht so meine ich das das kommt hier rein alles das passt nicht was ja nur mit der schmiede ja das würde passen aber der rest passt dann nicht mehr so das ist das ist das ist also da draußen Ich bin schon wieder ein bisschen entverwirrt. Du fängst an zu klingeln. Nicht so albern. Dann da drauf. Nein, da drauf. Nein, auf mich, auf mich, auf mich. Du hast ja ein paar Tasten zum Dröhnen. Ja, ich merke das schon. Ich weiß ja nicht, was du mir das suchst. Alter Vater. Also Harz haben wir hier echt. Ganz gut. So, kannst du gleich abbauen. Kannst besser gucken. So. Dann einmal so. Achso, nee, ich brauche ja Holz. Das haben wir auch. Die Werkbank kommt wieder weg, ne? Warum? Weil ich wollte hier mal jetzt irgendwie eine Kiste hinstellen. Irgendwo, wo ich es kann. Um das Metall von draußen reinzuholen. Ich baue hier gleich ein kleines Regal, den Ken. Dann baue mal. Bob, der Baum, der Baum. Genau. Den habe ich, den habe ich, den habe ich. Kohle habe ich. So. Dann will ich mal gucken. Den brauche ich. Schauen wir jetzt mal die Schilder. Das ist okay. Alles klar. Gut. Gut. So. Dann. Kleines Regalsystem. Äh. Jetzt hast du mir die Fackeln überall im Weg hingestellt. Ja, dann nimm sie doch wieder weg und stell sie woanders hin. Ähm. Ich muss mir was gucken. Du bist echt eine alte Meckerpratze. Ich leuchte dir hier heim und du bist nur am Meckern. Ich weiß. Ich habe gerade einen Hammer in der Hand. Soll ich dir mal hauen? Soll ich dir mal hauen? Soll ich dir mal auf den Kopf hauen? Soll ich dir mal hauen? Der war auch nicht schlecht. So. Wenn das so und so und so ist, dann kann ich da das Regalsystem setzen. So. Dann machen wir mal wieder bunte Schilder. Hm. Machen wir mal bunte Schilder. Ach so, jetzt habe ich die Hochstelltaste gedrückt. Ich spiele mich nicht für dich. Hm. Hm. So. das anders kann kein mensch lesen das war nicht gut das kann kein mensch lesen denn rot die schrift das hielt ich eben für eine gute idee ja aber das war doof dann brauche ich mal eben hier den nehmen wir mal der tieren oder tieren geht ja jetzt hat der holz so ich nix holz haben ja ich habe gefüllt gut aber nur ein bisschen ich hole mal eben das andere was wie ich den kernholz wieso renne ich jetzt mit dem metall hier um das weiß ich nicht ach so weil du die küsten gebraucht hier ist wieder was los das ist unfassbar so edelholz kernholz das störe egal doch nicht vor dem kohleofen warum stört doch nicht doch da kommst du gar nicht ran daran wird er das rausschmeißt auch das haben wir das haben wir auch jetzt hier ich habe mal einfach da was reingeschmissen ist in ordnung das verändert sich ja alles hier ständig noch das ist ja nicht das finale ende ja aber ich muss ja irgendwo jetzt erstmal mein kram reinpacken damit ich das ein bisschen einigermaßen auffindbar habe hier weil sonst bringt es ja nichts dann machst du wieder 500 kisten auf und findest nix so edelholz kernholz und holz so dann kommen da steine braucht man irgendwann nicht mehr so wirklich viel deine brauchst du irgendwann nicht mehr so viel dann pack ich die steine erstmal nach ganz oben mal mal so die kiste ist leer mit steinchen kann ich schleppen ja es ist jetzt natürlich wieder ein bisschen dann machen wir das folgendes dann machen wir hier und habe ich noch kohle wo ich jetzt später die kohle hingeschmissen so ich muss aber ein bisschen kohle nachschub machen ja was ja ich muss holz hatten die letzten 18 holz jahren wickel weil ich mir schilder machen muss ich hole jetzt ein bisschen was wieder findet würde ich sagen aber egal so was braucht man denn am meisten das oder kann man es besser lesen so verhaust du da nicht ich versuche hier gerade aus diesem schatzloch zu kommen wieder ich habe immer schwierigkeiten da wieder raus zu kommen ja wir räumen unsere bude auf ach so ich wollte eigentlich hier in der maus sind ganz viele pilze ich komme gleich feuersteinknochen und ach da ja stimmt die haben wir glaube ich am anfang gesehen so hart federn okay so So, dann machen wir rein Augen. Dann machen wir rein Feuerstein. Und weiter geht die Schilder Aria. So, dann... So, dann... So. Ähm, ja. ich jetzt so und wollen wir mal mehr mutter weitermachen der richtig schlimm ja alles das gefällt mir noch nicht dann muss ich noch was ändern das gefällt mir noch nicht was machst du da eigentlich mit das kann alles mit das einzige was ich jetzt hier noch in dem vierer kisten ist der klasse sind unsere reichtümer alles klar oder so weg hier 8 darauf ich muss hier alles ein bisschen stabilität die alten kleidung kleidung pack ich da rein waffen so alte kleidung und da tue ich auch mal die zweite spitzhacke rein da kannst du nicht mehr weil ich nur noch zwei holz hatte ach so hier packt in den holzschrank ach so wie sieht denn mal blau aus guckten wir uns das mal an das kann man gut lesen ja kann ich das da jetzt sein das kann da oben rein wunderbar ja ich habe jetzt ja das ist ein bisschen wenig hier die vier dinge aber egal so dann brauche ich nochmal ein bisschen hoffen cool ne ich gehe gleich wieder holz hat so ein schild noch kohle kohle eine kohle so dann kannst du jetzt mehr die ist leer leer so genau nur die die kannst du auch in die kiste packen da hier und alles klar dann kann die vierer box hier weg wenn du möchtest dann pack ist hier an die seite ne lass man auch stehen erstmal ja ich pack die vier ich pack das jetzt alles in die vierer box in die einzelne box die reichtümer dann kannst du zur not die vierer weg machen ne ok 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 male gute wochen knochchen fälle đấy irgendwie wo ich kann 30 imm tragen wow jetzt ja Wo Rohmetalle, daneben an ist auch das richtige Metall. Alles klar. Ich hole es gerade. Hier aus der Kiste von draußen? Ja, weil das muss hier deutlich erweitert werden. Weil wir haben ja dann Zinn, Kupfer, Bronze, Eisen. Ja, das können wir auch noch alles erweitern. Keine Ahnung, was ist Schwarzmetall? Das ist jetzt ja erstmal nur... Kann ich auch 30 Kupfer tragen? Nee, 30 Kupfer tragen. Nee, nee, kannst du nicht. Das ist mich nicht schwerer. Also tragen wir 15. Öööööö, runter, weg da. Kommt, geh weg. Jetzt hau ich da. Da oben liegt noch ein Holzbrett rum, aber egal. So, dann packen wir das alles da rein. Dann haben wir alles mal in der Hütte. Genau, wenn da die Schmiede steht, dann ist es natürlich einfacher. Dann muss ja nicht immer 20 Mal von irgendwo anders her laufen. Das ist natürlich immer ein bisschen sehr nervig. Äh, warum bin ich eigentlich, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich geh wieder raus. Ja, hol mal noch die letzten 15 Kupfer, dann kannst du die Kiste abbauen. Achso, nee, ich bin jetzt schon weitergelaufen. Entschuldigung. Okay, ich hol sie. Alles gut. Ach, das ding liegt jetzt da hinten in der Ecke. Ja, das ist das Problem. Okay, aber das kriegt man gelöst. Was hängt wo? Wenn da eine Kohle rausfällt und fällt an die Viererbox, dann flupst die hinten in der Ecke. Aber das ist nicht so schlimm. Okay. Das kriegt man alles hin. So, 8. Abbauen. 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 Oh, die Fackel draußen habe ich jetzt auch weggemacht. So, das war der Rest. Nee, äh, nee. Jetzt muss ich mich jetzt mal wieder dran gewöhnen, dass es hier wieder ein bisschen anders ist. Richtig. Aber es steht überall dran. Das ist richtig. So, 30, 60, 70, 80 und 38. Das passt fast. Mitte Bronze machen. Steht jetzt alle, die Fackel kannst du auch gerne wegnehmen und ein Stück weiter. zur Wand setzen oder irgendwas, wenn du willst. Ist egal. Rött noch, rött noch. Da ist das Löwenzahn. Ja, da. Da ist das rohe Fleisch. Das werden wir auch noch ändern. Genau. So, was hast du gesagt? Hier sind Pilze? Ja, hier hinter, hinterm Haus sind Pilze. 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 Ganz viele. Da. Hier bei der Hütte, ne? Ja, ich glaube, die hat man am Anfang mal ganz kurz gesehen. Ja, ganz schön. Überall. So, äh, ich nimm meine Axt. Jawohl. Ähm, willst du denn jetzt, äh, schon Bronze machen? Ja, wir müssen ja, müssen ja. Ach, jetzt bist du hier am Rumholzen. Ach, da sind noch mehr, ja guck mal. Ja, ich nimm hier nur die kleinen Sträucher erstmal weg. Nein, Pilze sind hier noch mehr. Was, und hier in dem Graben ist schon Wasser? Autsch. Nicht, dass wir hier noch überflutet werden und den oberen Stock ziehen müssen oder so. Nein, alles. Also, Hochwasser kommt. Sturm. Jetzt höre ich wieder keinen Hirsch in, ne? Ja, wenn ich hier rumbüte. Nein, generell. Normalerweise hört man die, ja. Auch wenn die weiter weg sind. Also, wieder ran an der Axt. Und da hinten konnte ich übrigens alles mitbringen. Was so, Blauaugen, Harz. Noch die Elf. Zinnen, das hab ich alles geholt. Da konnte ich alles mitnehmen. Steine, Holz. Das ist gut. Dann kann ich vielleicht gleich mal gucken, ob ich mir wirklich den etwas besseren Bogen machen kann. Ja, jetzt schauen wir uns schon mal ein. 17 Fällchen hab ich, glaub ich, schon. Ich hab dich gehört, wo bist du? Das weiß ich nicht. Das ist ja mal... Ach, da kommt schon wieder mein Buddy. Ne, komm her. Ach, der ist bei dir, okay. Ne, hier, der kleine Grauzwerg. Ja, ich sag ja, der ist bei dir. Der ist wieder beschwert, dass wir den Wald aufräumen. Ne? Wolltest du doch helfen? Ja, helfen mal. Ja. Hilf mal mit. So. Über die Bombs, fertig. So, weiter im Text. Doch im Fälle, da. Aber... Der Baum hat mich hier gerade 5 Meter den Abhang runtergeschmissen. Was machst du es auch, ne? Ja, armer Baum. Tut mir leid, Baum. Ich weiß noch keine Maus. Ich weiß nicht, dass ich den Faden habe. Und besser. so wird schon wieder dunkel okay siehst du mich hier liegen noch drei holz so rein in die gute stube wird dunkel in dieser sonnenuntergang diese spiegelung im wasser das sieht ja immer wieder grandios aus finde ich also meine ganz persönliche meinung ich liebe das an wahl haben wir jetzt müssen wir dafür sorgen dass wir uns jetzt hier ein bisschen das kann ich das mal so ich weiß hier gerade was machen mache ich werde da erstmal jetzt nix dran ändern ich habe auch noch mal 100 holz so ist das nicht da draußen ist auch schon wieder ein besucher der hunger hat mal gucken ob das funktioniert ja ich komme schon mein freund ich komme schon so was möchtest du wo bist du komm her ja auch meckern und lasst mal schlafen gerade herstellung das oder oben hin wenn es passt das ist so schön wenn man weiß wo was drin ist jetzt mal ohne witz ja das ist fertig das kupfer wieso macht er nicht weiter weil da keine kohle drin ist da ist kohle das kann man sieht oben nicht richtig ab okay oben verlängern deswegen stoppt der ok muss zwei hohe stäbchen setzen hast du vorne die werkbank abgebaut dabei das licht oben am schornstein damit das musst du höher machen und jetzt müsste er abziehen ja da musst du richtig verlängern dann logisch jetzt müsste er dauerhaft ich habe das obere dach weggenommen ja aber das macht den ofen ja nix aus oder trotzdem sieht das doof aus er gleicht nicht mehr ich mache es jetzt zu dann haben wir es jetzt erst mal dicht habe ich noch 13 und dann ist alles geschmolten apropos zinn so herstellung kessel für den kessel noch nicht 10 sind ja nämlich dann kann ich marmelade kochen und die boostet richtig ja mach ja du es ja wenn wenn du so reinguckst es kommt ja fast hin um bronze zu machen das muss ich wieder los hast du deine zinn jetzt nein habe ich nicht du stehst davor du bist überladen weiß schleich schleich was jetzt bronze oder was ich mache gerade bronze so 13 habe ich noch die kann einschmelzen genau aufrüsten na komm doch hier her so die schmelze ich jetzt auch mal eben ein dann baue ich mal eben mal ein kessel dann müssen wir eh wieder in dunkelwald ne kessel jetzt war oberfisch mietmischung auch mietmischung gift widerstand ich kann mietmischung geführer stand machen wenn wir dann die kam die mache ich auch erst mal im rhein das mache ich hier rein aber dafür brauchen wir den fermentierer 8 und 6 ich mache jetzt bernmarmelade ja mach du mal ich muss jetzt mein wir müssen bestimmt noch mal los wir wollen kernholz und alles sind wir so das lasse ich jetzt erst mal hier so so wollen gucken da haben wir eine bonk sags können wir noch machen mehr nicht mehr nicht hast du eine bronze ab hast du eine bronze axt nein ich habe aber keine vernünftige spitzhacke oder wollen wir erst mal wieder spitzhacke leben und eine bronze axt dann könnte ich auch kernholz und edelholz holen richtig wieso können wir nur eine mach weil wir nicht genug bronze haben warte mal ich kann auch noch bronze herstellen ja natürlich warte ich packe es dir rein wo ist das hier da rechts sind brauchst du noch denn ich habe noch 12 über was kostet denn so ein kessel habe ich schon gebaut marmelade ist fertig gut alles du kannst das jetzt verbrauchen wenn du möchtest wie du lustig bist keine ahnung weil dann würde ich uns erstmal eine spitzhacke und denkst machen und nach so ungefähr was brauche ich für meinen bogen edelholzbogen ich brauche nur zehn edelholz zehn kernholz und zwei hirschfelle und den kann ich machen die ein bisschen bessere müsste auch ein bisschen besseren bogen ja mach mach wenn du die links hast für dich auch ja ich glaube ja kernholz haben wir ok da müssen wir jetzt hin besorgen und kupfer müssen wir noch besorgen edelholzbogen herstellen einmal dann zweimal auf werden soll der toll also hast du hier stellen noch ich habe noch zwölf hirschfelle meine fälle haben wir auch ne ja brauchst du die zwölf weil jetzt habe ich unsere bögen nein brauche ich nicht schuldigung ich habe mich verguckt nur auf zwei aufgewertet aber ist schon besser als der andere weil sonst würde ich jetzt beide noch mal aufwerten aber dann gibt er mache es edelholz und kein kernholz mehr wie gar kein kernholz was meinst du kernholz dafür brauche ich muss es auch nicht machen die sind jetzt schon besser als die anderen ich kann es wieder ist egal wir holen nein kernholz habe ich dir jetzt weggenommen was ich brauche weil sonst keine dings machen so ich habe da wieder 20 kernholz reingelegt nehmen sie nehmen sie alles gut es passt schon so dein bogen lege ich oben unter waffen und dann kann einmal so dass mein alter bogen und da ist dann neuer entweder ein flug oder eine axt für dich können wir denn schon garten machen naja ok ax was bräuchte noch viele bräuchten aber auch weiß ja nicht ob wir schon garten machen können aber ich brauche drei kupfer noch fünf für dings drei bronze ich weiß nicht ob du sie noch machen kannst weil sie auch noch nicht ich gucke mal nach machst du gucke pinski einmal zweimal fehlt mir noch da drauf war ich gerade eben noch für eine axt hacke kann man ja auch auf ja aber das müssen wir nicht ich wollte sagen was bringt das richtig oder den hammer kann man schneller bauen wir hätten müssen länger durch sonst immer noch nicht warum kann ich das immer noch nicht machen ich habe doch alle acht ich verstehe es nicht also gesundheit ist 14 und ausdauer ist 40 bei marmelade das ist gut und honig hat 35 ausdauer das ist auch wenn man ausdauer braucht es ist wirklich gut so kann ich hier noch irgendwas auch ich kann hier noch rum beraten alter falter in der metallkiste habe ich jetzt eine spitzhacke für dich und eine achs wir hätten mal lieber ein bronze knüppel machen sollen ja jetzt ist zu spät jetzt ist zu spät mir ist echt zu spät nägel hast du auch schon gemacht ja einmal hier oben unter waffen ist ein neuer bogen wir können dann auch das das habe ich das habe ich das habe ich alles klar ja dann müssen wir in der nächsten episode richtig holen wir uns den kopfer und sind und sind also sage ich leute bis zum nächsten mal genau und dann bis dann